Hallo liebe Heimwerkerinnen und Heimwerker. Heute möchte ich euch zeigen, was man mit dem Farbsprülgerät von Wagner alles im Innenbereich machen kann. Mit dem Flexio geht alles so easy und schnell, da wird aus lästiger Renovierungsarbeit inspirierender Dekospaß. Der Flexio ist ein wahrer Alleskönner. Man kann Wandfarbe damit verarbeiten, aber auch Lacke und Lasuren für Metall- und Holzoberflächen. Ich habe mir heute sogar einen kompletten Raum vorgenommen. Dieses Esszimmer hier wird gleich umgestaltet und zwar begonnen mit der Wandfarbe über die Stühle bis hin zur Kommode. Durch die elektrostatische Aufladung bleibt die Folie an Wand bzw. Fenster haften und alles ist geschützt. Auf der Wand kann ich jetzt ordentlich Meter machen, denn dank eines Indoor-Aufsatzes kann ich selbst dickflüssige Wandfarben einfüllen. Ich habe hier eine Trennfarbe ausgewählt und in wenigen Minuten hat diese Wand einen neuen Look. Und das Beste ist, das mühsame Vorstreichen von Ecken und Kanten kann ich mir komplett sparen und mit nur einem Arbeitsgang kann ich eine Wand komplett deckend sprühen. Also ich weiß nicht wie es euch geht, aber ich bin total begeistert wie schnell das jetzt ging und der Farbauftrag ist top geworden. Die Wand muss jetzt erstmal trocknen, bevor ich ein schönes Finish verleihe. Diese alten Stühle haben ein Upcycling verdient. Zum Abdecken reicht ein ganz normales Malervlies, weil der Flexio ganz wenig Sprühnebel erzeugt. Dazu wechsle ich meinen Aufsatz auf Lacke und Lasuren. So und jetzt kann es losgehen. Zu beachten gibt es allerdings, dass ich idealerweise eine Handbreitabstand halte und wieder parallel zum Objekt arbeite. Und jetzt kommt das Beste, das Sprühen. Mit dem Flexio geht der Farbauftrag quasi wie von selbst. Das tolle ist, ich hinterlasse keine Pinselspuren und erhalte so einen gleichmäßigen Farbauftrag. Fertig ist der Stuhl im neuen Farbdesign. Der Lack muss jetzt erstmal trocknen, was aber mittlerweile trocken sein sollte, ist die Esszimmerwand. Die bekommt jetzt noch zwei schöne helle Farbstreifen von mir. So die Wand ist schon mal fertig gesprüht. Allerdings habe ich dann noch eine unscheinbare Kommode, die ich in ein Schmuckstück verwandeln möchte. Ihr habt doch sicher zu Hause auch ein Möbelstück, aus dem ihr was richtig schönes Neues machen wollt. Wie diese Kommode hier. Die habe ich bereits abgeschliffen und entstaubt, damit der Lack gut hält. Und jetzt ist Zeit für den Flexio. Das Ergebnis ist doch echt klasse geworden, oder? Probiert es doch selbst mal aus und kombiniert unterschiedlichste Möbel mit neuen Farben und schafft darüber ganz neue Harmonien. Mein heutiges Projekt ist jetzt beendet. Das Esszimmer hat komplett neue Farben bekommen und wie ich finde, hat sich das Umstyling echt gelohnt. Die Arbeit mit dem Flexio hat super viel Spaß gemacht und ging easy von der Hand. Das Ganze hat auch nur wenige Stunden gedauert und insofern bin ich jetzt bereit für meine Gäste. Wenn ihr inspiriert seid, findet ihr noch weitere Tipps und Dekoideen auf der Wagner Homepage. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!